Herzlich Willkommen zurück zu Imagine Earth Jetzt haben wir hier minus 80 Oh oh Das ist schlecht Das ist schlecht Ich möchte keine Kohle und Gas verkaufen Eigentlich mal ein bisschen Gas verkaufen Das ist echt schlecht Tja Man muss es so an wie sich sieht Das haben wir endlich mal geschafft Der scheiß Wald ist jetzt hier weg Ach warum Der scheiße weg Was denn jetzt? Hallo? Hallo Warte Warte Ja ja Reparatur Solange es in der Zoom-Kraftwerk ist Schau mal hier Hochleistungs-Upgrade Tickle-Filter für Kohle-Kraftwerke Das ist doch ganz wichtig Tickle-Filter für Kohle-Kraftwerke Wir haben noch ihren Forschungspunkt Soll ich ein Chemie-Werk stecken Ich habe hier Partikelfilter gelesen Müssen wir anwenden Partikelfilter Habe ich das denn erforscht? Hm Ich dachte ich hätte die schon erforscht gehabt Easy on Das beste Metallbass es gibt Warte Warum haben wir da jetzt so ein Problem an Gemüse eigentlich schon? Schlechten Einfluss von allen Seiten 6 und 4 6 und 4 Kann ich irgendwo mehr Potenzieren als 6 und 4 7 und 4 Setz muss da hin Ist alles vielleicht noch ein bisschen Fischerei Und noch ein bisschen Meeresform Genau Nichts mehr zu essen Nichts mehr zu essen Irgendwas brennt ich schon drauf Nur mal Update machen Jetzt haben wir wieder Warnlieferungsschwierigkeiten Jetzt haben wir wieder Warnlieferungsschwierigkeiten Jetzt haben wir wieder Warnlieferungsschwierigkeiten Gleich zwei Chemiewerke Ich weiß drauf Wenn dann voll ist So und dann müssen wir vielleicht die nächste Kolonie noch gründen Ja Dann noch Labore mit rein Irgendwas mit Kunststoff Wenn dann noch mal Einen Der Die auch nicht schlecht. Wir wissen ja, das bringt Geld. Ich glaube, es ist heiß, dass er bald ausbricht und wir haben unser Autograf ja genau daneben gestellt. So, wo können wir denn jetzt nochmal landen? Hier war ein schöner Ort. Das muss ja nicht so eine große Stadt sein. Was ist hier passiert? Da ist schon was kaputtgegangen. Was war das jetzt? Anbaustation und Elektronikfabrik. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen irgendwas gegen das Ding hier machen. E-Tion-Scanner. E-Tion-Bombe. Das ging irgendwie. Da müssen wir auch noch irgendwas dafür machen. Ich brauche mich jetzt auch nicht was. Ich brauche mich nicht was. Ich brauche mich nicht was. Ich brauche mich nicht mehr. Das ist doch gar nicht. Ich weiß, Illuminaten-Tempel überall hier. Bikonausbruch, Wüstenbildung, Feuer Wenn es alle ist Ich war ein Blünder-Schuss Kannst du nicht jetzt schon wieder? Ach nee, wer hätte das gedacht? Kann ich schon eine Blünder Guck mal, das kann ich jetzt schon Stadtball verwenden Die kann ich gar nicht mehr verwenden, die ist jetzt einfach tot Kann ich den blündern? Naja Der möchte auch eine Blünder Der bringt immer Landgewinn Der bringt gute Sachen Biolabor Können wir hinten irgendwie Strom erzeugen? Und irgend sowas Woran vorkommen? Klingt doch perfekt Perfekt für uns Es gibt Probleme, ein bisschen Minus gehen da oben Manchmal Wir können jetzt auch ein bisschen was zurückzahlen Oh, die scheiß Bären weg, genau Nö Ach, hier war das andere Hier war das andere Hier war das andere Fahrers Baum hat sich hier noch mehr Gebäude hin eigentlich Würde sich ja fast anbieten Hier noch eine Reihe Vollmocken So, der Finanzdistrikt hier braucht eigentlich auch ein bisschen Städtebaulicher und Städtebaulich ist gutes Zeug Feuer, es brennt Ja, packen wir hier dazwischen auch noch Wenn, dann ziehen wir es komplett durch Wo wir uns Geld Um weiter flöten geht So, also Hier liegt es gut Müssen wir nochmal verkaufen so update update holen wir uns mal das forschungszentrum dazu das müsste eigentlich hier hin gleich noch mal versetzen so schnell geht das bei uns kaum gebaut schon wieder versetzt das brennt jetzt schon wieder das geht mir langsam öffnen wie so komische waldding das wurde versetzt wo bringt das richtig viel 33 was kommt jetzt dorthin der scheiß kommt weg das wird überhaupt abgerootet regt ihn ja langsam auf wenn er weg ist und noch mal mit dem forschungszentrum 1 burn und einen normalen stadtteil natürlich brauchen wir noch eine güterfabrik hier noch ein recyceling sender hinbauen und wir bauen hier einfach mal noch ein gestaltbruch hin jetzt geben wir das ganze zeug schon wieder also können wir denn noch gut fischerei betreiben vielleicht aber fischerei ist ja eigentlich gar nicht so gut gefahren bringt er viel mehr das zweistück man nebeneinander baust passt hier oben noch so ein schönes kohlekraftwerk hin hier noch eine maschinenfabrik tun wir hier noch eine tech-lizenz für für Landsmarktregulierung machen und dann dann bauen wir die stadt hier erstmal aus weil hier sehe ich gerade noch ein ende jetzt bin hier irgendwie so ein finanzentrum gekauft da ja optimieren optimieren ein paar dicke filtern noch ran hier noch was machen nein forschung noch ein forschungspunkt habe ich irgendwas für 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 sehr viele frankfischereien ich dachte habe ich vorhin schon ausgewählt das habe ich wahrscheinlich doch nicht gemacht das ist natürlich blöd aber wir haben das halt jetzt gemacht ich gucke jetzt ja alles nochmal durch ich habe irgendein update für ich tue nichts landen lassen ich tue irgendwas vergessen das wäre echt komisch ich tue nichts wirklich mal sehen, weil das funktioniert auch nicht so. Nahrung! Meine schöne Meeresfarm. Wie die Energie plötzlich wieder zwischen hier runter. Komm, ist gemacht. Was ist denn das, was brennt denn hier eigentlich immer? Man weiß es nicht. Ich brauche noch mehr Atomkraft. Ich habe aber noch etwas von Atom- äh, Wranfro kommen wir dazu noch, ne? Abreißen. Na komm, Atomkraft, so dahin. Und dann muss man halt noch mal ein Gaskraftwerk da mit hinsetzen. Das tut sich wenigstens so ein bisschen übereinstimmen. So, dann warte ich noch kurz bis das fertig ist und dann gehen wir weiter in die nächste Stadt. Guck da noch mal weiter. Technik-Händler ist gerade da. Ist gut. Kann ich wieder was verkaufen. So, damit sollte jetzt eigentlich das Problem im Urteil gelöst sein, ja. Guck mal, was haben wir denn hier? Oh. Hört mal jetzt was auf. Kann man wieder aufbauen. Da haben wir ja gleich noch mehr Energie. Hier. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Hier könnte man noch irgendwas hinmachen an Nahrung. Dann halt ein Güdel. 48. ganz poussicht. Guck mal. Bergwerk. Dass wir nirgendwo so ausgleicheren haben. Oh, das ist kaputt! Geht! Na guck mal, da kann man eine Automatisierung einstellen! Genpflanzen! Agrargerechte Haltung! Sementverarbeitung! Die Ressourcenkarne ausgenutzt, die wir hier überhaupt zur Verfügung stehen haben! Und jetzt gehts hier los! Kriegen wir hier noch ein Stadtteil ran? Naja! Forschungszentrum können wir ausbauen! So, die ganzen inneren Dinger können wir alle bestimmt auf 3 ausbauen! So, eigentlich funktionieren die ganzen inneren Kernen! Zumindest so gut wie hier! 3, 3, ja! Außen 2, das ist klar! Das ist klar! Jetzt fehlt halt was, ne? Aber okay! Okay! Ich habe Opfer gebraucht! Guck mal, wir haben noch keine Updates gemacht! Und wo noch Updates machen? Das steigert sich ja die Pflanzenproduktion leider noch mal! Das unermessliche! Ein bissel Orang verkaufen! Wir haben noch 6.000 gewinnen! Das ist gut! Und wir könnten sogar noch mal eine neue Siedlung gründen! Gründen hier hat man noch mal viel Platz! Gibt es noch irgendwas schönes? Was wir brauchen? Ein Wasserwerk! Rosenheim! Das ist alles gut! Das ist alles gut, ein Glutzen! Das ist alles gut! Ich muss auch mal, was wir brauchen! Ich muss nur noch bauen! Du bist besser Mitstimme! Ok Okay Andere Station oder Gewächshaus? Machen wir andere Station Da brennt schon wieder irgendwas Was ganz Neues Ich weiß nicht, was die Emissionsbilanzierer Sagt Ob es bald Dima Collaps gibt oder nicht? Oh Auch nicht gerade so gut Weil ich mitten im Atomkraftwerk Was passiert denn, wenn ich ein Vulkanesbruch trug? Oh Den da Oh 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 Da kann ich, ach warte mal Das Käse bestimmt Kann damit kontrolliert Den Vulkan ausbrechen lassen Ist eigentlich ganz praktisch Weil der steht ja kurz vor dem Ausbruch Oh Der bricht jetzt aus Aber nach dorthin So ist es safe Weil der Hassel hätte es uns auf uns aufrichten können Eigentlich ganz praktisch Stattgesertet Okay Wenn euch das Spiel gefallen hat Schreibt es mal in den Kommentar Ich schaue es erstmal auf Und wir sehen uns vielleicht nochmal wieder Bis dann, tschüss!